Und unsere Religion ausüben. Was für eine Religion ist das? Frau Nevis hat mich verständigt. Ich habe mit ihrem Vater eine Absprache, die mir ein Vorkaufsrecht auf sein Aktienpaket zusichert. Was ist das denn? Das ist ein Voodoo-Schachspiel. Die Schlinge an der Puppe ist absolut gleichartig. Ja, und es gibt zwei Möglichkeiten. Ah, ich habe sie. Schick den Wagen zur technischen Kontrolle, die sollen rauskriegen, ob... Sonst wären sie kaum so weit gegangen, unsere Kultstätte zu schänden. Und sich aufzuführen wie ein Affe im Porzellanladen. Elefant, also dann. Ach, weißt du, woran ich mich übrigens erinnert habe? An deinen Vornamen. Peter, stimmt's? Ich habe dir gesagt, du hattest die falschen Gründe. Du hattest die falschen Gründe. Du hattest die falschen Gründe. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst.